Was für ein Spruch ist der Beste? Deutsch, Englisch? Ja, das ist ein Projekt von Zentrum für Niederdütsch in Landesdeel. Hochtein in Mölln, ob der Ein sieht und ob der Anna sieht von der Stichting Reue in Emmen in den Niederlanden. Dies ist sie wunderschön, ich vor mir draagt, doch das Rad kann den Land schon sehen. Das ist großartig. Den kann ich verstehen. Ein paar von uns können auf Deutsch verstehen und ein paar können auf Niederlande verstehen. Aber ich glaube, das Einfluss ist wirklich, wenn wir eigentlich so ein Blatt entschnecken. Ich muss da nochmal so schreiben, dass ich das alles lesen kann, dann kann ich ja das im Video bloß. Boven, 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 ob es schwer ist, ja, und schnackt, ja. Und der, du boven, der all uns hebt, der trägt noch mehr zusammen. Die Idee, du bist, ist, zwei Gruppen zur Sonne zu bringen. Einmal junge Musiker aus Holland, die dort zu der Plattische Sprache gehören. Viele wählt das überhaupt nicht, aber auch in Holland war Platt schnack. Noch Platt schnackt und ob der andere sieht, wie Musiker hier in Hamburg und Schleswig-Holstein, die auch auf Plattdeutsch unterwegs sind und diese beiden Gruppen zur Sonne zu bringen, das ist die Idee von dem Projekt Platttogether. Hält ihr auch so. Unser Anliegen ist, über die Grenzen weg, weil ich Plattdeutsch auch für junge, für moderne Musik wäre interessant zu machen. Und dafür habe ich einen Song gemacht. Und zwar To Hope, Platttogether eben. Ich will doch eigentlich den lösen Sonnen sehen und jeden Augenblick im Preis verlegen. Äh, ich bin beten, müde, nun kommen wir nicht so. Das ist auch okay. Diese Gemeinsamkeit Plattdeutsch ist halt einfach vorhanden und man hat direkt eine Wellenlänge gespürt und gemerkt. Jo, der Red Sports Mode. Ja, das ist ein supertoch Projekt. Hast du gut? Top. Das wäre ein richtiger Knaller. Hemi-Bunny Sports Mode. Ein geiler Song, geiles Projekt. Ihr habt Isnch��겠습니다. tillичend. Sinds. Verbetspolize. Dette sieht aus. Untertitelung des ZDF, 2020